alle liebe leute grüßt uns zum witz des tages von der adam und eva witz und groß mit ne fantaste gibt es im shop oder so ein shirt von mir auf hinterseite und der witz ist von ohne grüße gehen von hier an ludger winter also grüßt mich und die fremden ohne namen der fremde ohne namen und ihr könnt mir auch e mail da könnt ihr noch zwei von euch grüßen und der witz der geht so im paradies eva zu adam liebst du mich noch dann adam ja wie denn sonst im paradies eva zu adam liebst du mich noch dann adam ja wie denn sonst und erklärung adam und eva waren die ersten menschen der welt nach der bibel da und dann hat adam ja nur eine frau und dann fragt ihr liebst du ihn noch ja wie denn sonst ist ja nur der eine da er kann ja nicht fremd gehen er muss sich ja mit der einen begnügen gibt ja keine anderen da ok zucker mit abonnieren